Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hinterhältigen, fiesen Bösewicht. Ich bin der König. Nein, du warst der König. Es gibt nur noch einen, der ihn aufhalten kann. Schrottland existiert nicht mehr auf der Landkarte. Von nun an trägt es den Namen Neuschrottland. Und der König von Neuschrottland bin ich. Was? Der hat einen Vollschuss. Verrat mir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Na wo wohl? Und der Stern in klarem Himmel. Wie sich's für tapfere Abenteurer gehört. In 2013. Ich werde in die Welt hinausziehen. Schurken bezwingen. Heul die Jungfrau den Nöten befreien. Drachen erlegen. Ja, aber so ein Glutzbruder einen Kopf kürzer zu machen, stresst mich total. Das große Abenteuer. Wollt ihr euch dünner machen? Kein Schritt weiter, Großbrotts. Auf nimmerwiedersehen, du dumme Einwegdose. Wo ist die? Schleift sie rund. Abschmieren. Eisenhart. Und das ist absolut ungefährlich? Egal, hauptsache es macht Spaß. Du Loser. Ab sofort bekommt ihr alle Schimpfworte zurück. Baggerbirne. Ab 10. Januar im Kino. In 3D.